Musik 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 Ja, heute Freitag, der 20. August und 17. August Wir fahren heute nach Bauska über die litauische Grenze nach Lettland und haben da eine Etappe von 87 Kilometern vor uns, also eigentlich ganz entspannt, aber trotzdem bin ich müde und eigentlich keinen Bock Fahrrad zu fahren. Aber da muss man jetzt halt mal durch. Für auch schon die letzten 21 Tage, äh 17 Tage. So, nach ca. 1650 Kilometer ist endlich das unvermeidlich. Das unvermeidbare passiert. Ich habe meinen ersten Platten. Ich habe es jetzt gerade schon gemerkt, beim Fahren irgendwie hat das so ein bisschen geeiert. Ich dachte schon irgendwie der Fahrbahnbelag hätte Wellen, aber nein. Die Luft ist raus. Und jetzt dürfen wir das erste Mal den Reifen wechseln. Mal sehen wie das so läuft. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. so und da sind wir auch schon wieder angekommen jetzt so nach der fahrt kommt es einem dann doch wieder vor wie ein fingerschnipsen aber zwischenzeitlich hat sich die zeit wieder hingezogen fahrzeit jetzt drei stunden 20 minuten geht eigentlich total klar war noch schnell wieder unterwegs anfangs rückenwind der ist dann leider umgeschlagen aber ja da hatten wir dann auch noch kleines reifenproblem beim jannik da hatte sich ein metallteil verfangen im mantel und hatten wir erst nicht gefunden das hat viel zeit gekostet deswegen ist es jetzt auch schon spät geworden 1945 ja dann noch über die grenze gefahren wettland highlight